Ein wunderschönen guten Morgen Leute. Da hinten im Hintergrund sieht man es. Wir sind unterwegs zu den Höhlen des Windes. Genau. Um so ein Loch oder Eingang zu finden, müssen wir weggehen von den Kanal von Lava und so eine Lichtung finden. Da, an die andere Seite. In Kombination mit dieser Geschichte wollen Sie wissen, ob das nur ein Geschichte war oder vielleicht echt. So, in einem Krieg haben wir zwölf Arbeiter, drei Monate gearbeitet und alle Fels und so weiter. Also die Fels und so. Wie war es? Dass wir die Fels und so aufvangene Seite schauen. Dann wird er noch eine richtige Luftverlässung. Ein Zauber ist das zu viel, und das ist die richtige Luftverlässung. Das ist die Name, die Schöne des Windes. Die Schöne des Windes 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 Die Schöne des Windes